Ja, so Jungs, jetzt versuchen wir die harten Dunlop auf den Felgen zu kriegen. Ich glaube, ich habe einen Trick gefunden. Ist klar, erstmal die Dune sagt logisch, alles schön mit Reifen. Was denn? Einspielen! Dann gehen wir auf unseren Homehandee, das war alles, was wir nehmen. Das habe ich durch Zufall herausgefunden, mit der Kombination einer Reifelschere. Sollte das stehen. Dann habe ich das hier drauf gedrückt. Und hier geht es jetzt auf. So schnell, natürlich schwer ist es, klar. Überhaupt keine Frage. Jetzt Kraft aufbringen. Und zack, Reifen ist drauf. Auf der Felge. Zeigt euch. Zack, zack, jetzt mal die Luft drauf. Vielleicht vorher nochmal mit WD-40 anspringen. Ich habe mir das erflutscht. Zack, nicht auf dem Sprung. Ich gucke mich durch, okay. Jetzt muss natürlich mein Kompressor in Luft rein. Die reicht natürlich wieder nicht. Und wie ihr sehen könnt, drauf. Ohne Föhn, ohne Probleme. Mit kein bisschen Kraft auf Wand. Dankeschön. So, das gleiche mit der Vorderfelge. Geht natürlich schwer wie immer. Zack, drin. Jetzt einmal das Hohen-Henny einspannen. Die Sachen von der Schere nehmen, damit das hier nicht wackelt, die Felge, und fest sitzt. Gezogen hat er nicht geklappt. Unter der Felge. Wenn er jetzt gerade liegt, machen wir nicht. Noch. Zack. Und drauf ist es. Zack. Und Das sollte jetzt nicht passieren. Ja. Ist drauf. Von der einen Seite. Das war's. Nur Luft drauf. Machen wir jetzt aufheben. Quatsch. und Oster disappearance. Wie stud. Hammer. Und Humpels, oder dwarfen, Vielen Dank.